Jo meine Freunde, willkommen, heute wieder eine neue Challenge und zwar nur Pistolen-Challenge, das heißt ich darf nur Pistolen nutzen, sonst nichts. Also wenn es euch gefällt, dann liked, teilt, abonniert, ansonsten ich bin erstmal raus, danke für den Support, Peace! Jo meine Freunde, herzlich willkommen zu der nur Pistolen-Challenge, ich darf nur Pistolen mitnehmen, sonst keine andere Waffe, ansonsten den Rest ganz normal healen und so weiter. Ich darf Movement benutzen und und und, aber Waffen, nur Pistolen. Ja, wir haben eine Pistole meine Freunde. Okay, den haben wir schon mal. Wieso hat er den Bot nicht gekillt? Geh weg. So meine Freunde, den ersten Kill hätten wir, ersten Tresor haben wir geknackt. Oh, guck mal, sogar eine epische Sniper, verdammt und ich darf sie nicht mitnehmen, ne? Und jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe dich, Sniper. Oh, da ist einer, hab den gar nicht gesehen, da ist er. Komm, Ziel, Ziel! Okay, haben wir, haben wir dich, mein Freund, ja? Der wollte wirklich einen Koffer einschmeißen, danke dafür. Also nicht für den Koffer. Oh, da kommt einer mit dem Motorrad. Mit dem Motorrad kommt der. Okay, schnell weg hier. Hallo, zieh dich hoch, mein Freund, was machst du denn da? Wo ist der? Was denn jetzt schon wieder, Sniper oder was? Der hat einen Sniper. Oh, das ist gefährlich. Wenn der wüsste, dass wir nur die Pistolen-Challenge machen. Wir challengen ihn nicht, weil er hat einen Sniper und mit einer Pistole gegen Sniper ist ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Oh, da ist einer. Da ist einer. Surprise, motherfucker! Da ist einer. Der will mich verarschen. Der will mich verarschen, glaube ich. Wieso kommen die alle auf mich? Wieso kommen die alle auf mich, hä? Was haben die denn? Wissen die, dass ich eine Challenge mache oder was? Warum versuchen die mir das Leben hier zur Hölle zu machen? Wir gehen in die Richtung, meine Freunde. Wir hoffen ab, weil mit der Pistole, wie gesagt, challengen ist ein bisschen, ja, schwierig, ne? Oh, da rennt einer. Ich habe ihn gesehen. Kurz. Da. Ja, da ist er. Ja, war ein Bot, war ein Bot. Okay, aber wir haben ihn. Mein Gott, die wollen mich wirklich ärgern die ganze Zeit hier, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, was... Boah, wieso bleibt der denn hocken? Der soll rutschen hier. Ich weiß nicht, was die alle haben. Warum die mich immer die ganze Zeit jagen hier? Die ganzen Kopfgeld hier, die Medaillon-Träger und so weiter. Die sollen wegbleiben. Okay, da schießen irgendwelche zwei aufeinander. Okay, das war das. Wow, 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 mein Freund. Ja, lass mich in Ruhe hier wieder. Schon wieder derselbe. Was will der denn von mir die ganze Zeit? Was will der denn von mir? Lass mich in Ruhe, mein Freund, ja? Hallo. Lass mich in Ruhe, habe ich dir gesagt. Schau mal, wie viel Energie der mir wieder abgezogen hat. Ich fahre mal wieder da hinten in den Energieaufladen. Der kommt immer, wenn ich gegen jemanden kämpfe, so, ne? Wenn ich schon verletzt bin, dann kommt der mir angerannt und versucht mich dann auch noch zu holen. Kann ich überhaupt hier Energieaufladen? Kann ich ja gar nicht, ne? Wieso bin ich hier hingekommen? Und ein bisschen Blue Life. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Wo ist der? Okay, ich habe ihn einmal getroffen. Wow, wow, wow. Wir müssen weg. Komm, zieh dich. Zieh dich. Schneller. Schneller, mein Freund, ja? Zieh dich. Warum bleibt er denn stehen, mein Schmal? Du sollst rutschen, mein Freund, ja? Da wird geschossen. Macht nichts. Wir holen uns Blue Life. Jemand schießt gegen den Bot, glaube ich. Da ist jemand. Ne, das ist der Bot. Hat der Bot jemanden gekillt, oder was? Ey, was will der denn von mir? Ach, komm, ey. Nerv mich doch nicht. Nerv mich doch nicht. Mein Freund, ja? Was ist denn los mit denen allen hier? Ach, verdammt, hat der mich bekommen. Jo, meine Freunde, ich hoffe, die Challenge hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Ansonsten, ich bin erstmal raus. Danke für den Support. Peace.